Ich begrüße Sie zu den Nachrichten hier beim Oda Spree Fernsehen. Gleich folgende Themen in den Kurzmeldungen. Helfer für den Altstaatlauf in Besko gesucht. Videoüberwachung in Frankfurt. Online-Betröger hatten in Eisenhüttenstadt Erfolg. Brandenburger produzieren weniger Abfall. Gründerpreis in Brandenburg, Bewerbungen noch bis Ende April. Jetzt für Sie die Meldungen des Tages. Der Altstaatlauf in Besko findet am 26. Mai zum 11. Mal statt, diesmal organisiert von einem neuen Team um Madeleine Bremer, Vorstandsvorsitzende des Vereins Leichtathletik in Besko. Es sind bereits 300 Anmeldungen eingegangen und es besteht die Möglichkeit, sich bis zum Lauftag anzumelden. Probeläufe sind am 28. April und 12. Mai geplant. Dank der Unterstützung durch Sponsoren sowie der benötigten freiwilligen Helfer steht einem erfolgreichen Lauf nichts im Wege. Das Organisationsteam sucht noch freiwillige Helfer für verschiedene Aufgaben rund um das Event. Wer unterstützen möchte, kann sich per E-Mail melden. Informationen und Updates gibt es auch auf Facebook. Die Oberbürgermeister der vier kreisfreien Städte Brandenburgs, Potsdam-Frankfurt, Brandenburg an der Havel und Cottbus, haben sich für eine verstärkte Videoüberwachung öffentlicher Räume ausgesprochen, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Bei ihrem Treffen in Cottbus vereinbarten sie, rechtliche Möglichkeiten zur Prävention und Aufklärung von Straftaten durch Kameratechnik zu nutzen, wobei Datenschutzregeln zu beachten sind. Weitere Diskussionsthemen waren Änderungen bei der Umsatzsteuer, Migrationssozialarbeit und die Nutzung von Rückbauflächen für Schul- oder Wohnungsbau. Die Oberbürgermeister planen, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren und regelmäßig zu aktuellen Themen auszutauschen. Das Brandenburger Umweltministerium hat die Abfallbilanz für das Jahr 2022 veröffentlicht. Im Durchschnitt erzeugte jeder Einwohner Brandenburgs 432 kg Siedlungsabfälle, was einer Reduzierung um 52 kg gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders hervorzuheben ist der Rückgang im Aufkommen von Bio- und Grünabfällen sowie herrenlosen Abfällen, wobei letztere 6.000 Tonnen ausmachten und deren Entsorgung 1,66 Millionen Euro kostete. Die Menge an gefährlichen Abfällen blieb im üblichen Schwankungsbereich. Neu ist ein Kapitel über die Umsetzung und Ergebnisse des Abfallvermeidungsprogramms des Bundes, das Einblicke in die Maßnahmen zur Abfallvermeidung bietet. In Eisenhüttenstadt wurden am 15. April zwei Frauen Opfer von Betrügereien. Eine der Frauen wurde von einem falschen Sparkassenmitarbeiter überredet, ihre Push-Tan zu aktualisieren. Sie gab dabei persönliche Daten preis, woraufhin ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto verschwand. Die andere Frau wurde beim Verkauf über ein Online-Portal von einem vermeintlichen Käufer getäuscht, der sie über einen Link zur Eingabe ihrer Bankdaten verleitete, was zu einem dreistelligen Verlust führte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen. Am späten Abend des 15. April kam es in einem Regionalexpress zu einem Streit, in den drei Personen verwickelt waren. Eine Zugbegleiterin alarmierte daraufhin die Polizei. Zwei Beteiligte, ein 47-jähriger Mann mit einem Atemalkoholwert von 3,13 Promille und seine 42-jährige Frau, die zu betrunken war, um einen Test durchzuführen, wurden in Gewahrsam genommen. Nach ärztlicher Untersuchung der Frau übernahm die Polizei erneut die Verantwortung, woraufhin das Paar seinen Rausch in Polizeigewahrsam ausschlafen konnte. Bis zum 30. April haben Gründerinnen und Gründer die letzte Chance, sich für den Gründungspreis Brandenburg zu bewerben. Der Wettbewerb, der in vier Kategorien ausgetragen wird, prämiert herausragende Leistungen mit je 4.000 Euro. Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Dietmar Woidke und einer ausgewählten Jury zielt der Preis darauf ab, die Bedeutung von Unternehmensgründungen und Nachfolgen in Brandenburg zu betonen und zu unterstützen. Angesichts der bevorstehenden Unternehmensnachfolgen bis 2026 möchte das Land innovative und erfolgreiche Gründungsgeschichten würdigen und öffentlich machen. Weitere Informationen auf der Webseite Gründungspreis Brandenburg Untertitelung des ZDF für funk, 2017